Yo, liebe Freunde der Abendhaltung, herzlich willkommen, mein Name ist Tomo und es ist 10 vor 10 und damit Zeit für Let's Play Amnesia The Dark Descent. Yo, wir machen heute weiter, wir waren nun im Studierzimmer, im Dingenszimmer, im Gästezimmer waren wir auch, haben da irgendwas für einen Aufzug gefunden und unser Weg führt uns halt jetzt mal in den Maschinenraum. Was uns dort erwartet, ich habe keine Ahnung, aber ich freue mich drauf, denn Amnesia ist einfach nur ein klasse Game. Und es wäre cool, wenn dieser Ladebildschirm jetzt mal verschwinden würde, denn wäre das Ganze nicht so langweilig, dann könnte ich nämlich irgendwas machen und ja, vielleicht hätte ich erst dann mit der Aufnahme beginnen sollen. So, wir sind immer noch im Studierzimmer drin, aber wir sind hiermit fertig, deswegen renne ich hier jetzt einfach mal wie ein Irrer raus. Blob, wie hinter alle. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Habe ich das schon mal gelesen? Ich weiß es nicht. Aber Mist, ich habe doppelt nicht nachgedacht, das ist wieder ein Ladescreen, den ich mir hätte sparen können. Äh, egal. So, wir sind wieder hier, diesmal liegt kein Schmodder vor der Tür, sehr schön. Äh, ja, das, der Maschinenraum meine ich, nicht das Maschinenraum, der Maschinenraum war hier. Dort ist der Aufzug, mit dem sollen wir irgendwie fahren. Ah, wir sollen erstmal den Maschinenraum. Es ist abgeschlossen, aber ich habe dir ja den Schlüssel glücklicherweise geschlossen. Los geht's. Er abmitte schwer, versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war ungeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Oh mein Gott, was ist da nur geschehen? Ja, was ist da nur geschehen, das frage ich mich auch noch immer, was dieses Spiel angeht. Äh, scary. Hier gibt es auf jeden Fall viele Rohre und Daniel fürchtet sich mal wieder. Ja, aber wie wir alle wissen, in einem Maschinenraum kann das eben mal sein, dass irgendwelche Zischgeräusche oder so rumflatten. Wir haben hier auf jeden Fall eine Notiz. 5th July, 1839. Today, ich bin zu der Universität, um die Antworten zu finden. Ich konnte in Herbert's office, um ein Buch zu holen, und ein Buch zu holen, mit ein paar Relevanten Texte. Professor Taylor, an der Faculty von Historie, war sehr hilfreich, und ich habe zu erreichen, um das Thema der Orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The Mythic Orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the Orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed, since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. So, okay, wissen wir das auch. Dann machen wir hier, das sieht alles sehr technisch aus, kann ich jetzt leider nichts mit anfangen. Ah, der Kind. Ach ja, genau, wie war das? Acht oben, acht unten, oder? Ich glaube schon, also. Drei, äh, sechs. Und dann brauchen wir noch eine zwei. So, dann haben wir hier jetzt, ach so, das muss hinkommen, ne? Äh, vier. Ach nee, das sind die unteren Zahlen. Ich bin grad hier wieder so sechs und, hä? Nee, Moment, da kommt das ja nicht hin. Zwei, sieben und sechs kommt leider nicht auf acht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Versuchen wir das mal. Nee, das geht auch nicht. Oh, ich weiß es jetzt schon nicht. Ich werde es offscreen machen müssen. Was ist doch hier wieder ein munteres Rumprobieren, oder nicht? So, das nehmen wir mal runter. Drei. Und fünf wären schon acht. Nee. Drei, vier. Dann machen wir das mal so. Und den nehmen wir mal runter. Dann haben wir hier nämlich vier und vier. Das ergibt acht. Und dann haben wir hier unten zwei, sieben, äh, nee. Funktioniert leider nicht. Ach, Leute. Welchen wir von den beiden hier rein drödeln, ist ja eigentlich wurscht. Also das sind sechs. Dann machen wir das mal da hin. Und dann haben wir hier nämlich sechs. Sieben, acht. Aha, Leute. Sechs. Also hier, äh, fünf. Fünf und so, ne? Fünf. Äh, fangen wir nochmal mit der unteren Reihe an. Fünf, sechs, sieben. Eins gibt es hier unten nicht. Dann bräuchten wir hier eine Dreihe, aber das haben wir auch nicht. Insofern sind die fünf schon mal sehr unrealistisch. Aber wir haben hier eine sechs, sieben, acht. Dann machen wir das hier mal mit fünf. Sechs, sieben. Weil da oben auch sind. Zack. So, dann kommt das oben wieder nicht hin wahrscheinlich. Acht. Nee, das sind ganz klar zu viele. Machen wir das mal so und mal so. Und dann... Bin ich gerade blöd oder ist das wirklich so schwer? Ich, ich weiß nicht. Ähm, ich werde es mal kurz offscreen machen. Eine Sekunde, bitte. Jo, Leute. Und es hat keine drei Sekunden gedauert eigentlich. Es... Ich habe jetzt wirklich nicht lange dafür gebraucht. Aber so, äh, läuft es gleichmäßig und stabil. Das, ähm, hat mir das Spiel gerade mitgeteilt. Sehr schön. Haben wir das auch hinter uns. Ähm, jo. Also, den Druck hätten wir schon mal aufgebaut. Aber hier gibt es ja sicherlich noch mehr zu tun im Maschinenraum. Ich sehe ganz noch Rohre hier. Also hier, da... Wer hat die denn verlegt, bitte? Wo war da nicht der Fachmann dran? So, hier geht's rein. Da geht's runter. Dann gucken wir nochmal hier. Was haben wir hier? So dunkel ist es hier auch gar nicht drin. Ich hätte gedacht, der Maschinenraum wäre sowas ganz düsteres. Und hast du nicht gesehen? Oh, ein... Warte jetzt. Memo-Maschinen-Ausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen im inneren Studierzimmer auf jeden Fall alle drei brechen. Okay. Ähm. Tractatic Fluxus? Ach, das stimmt. Das stand da doch irgendwie, ne? Ähm. Ach so. Ja, und wo krieg ich die anderen beiden her? Im inneren Studierzimmer war nur der... Und ich hab's eigentlich gründlich durchsucht. Ja gut, dann nehm ich den einfach mal wieder mit. Äh, gut. Mehr weiß ich auch nicht. Hier haben wir ein... Ein tolles Rad. Ja, dann gehen wir nochmal hier nach unten. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, ich hör schon wieder bedrohliche Tischgeräusche. Oh mein Gott. Ach, das wird wohl die eigentliche Maschine sein. Ja, Jungs. Dann würde ich mal sagen. Machen wir uns an die Arbeit. So, zack. Sorgen wir einmal kurz für Licht. Schwupp. Und bringen die Maschine mal wieder in Gang. Oder was meint ihr? So, fangen wir, fangen wir, fangen wir. Was haben wir denn hier? Was sollen wir da machen? Nur noch fehlende Zahne. Ah, nicht euer Ernst. Moment. Ah, ich glaub hier. Ach so, ja. Dann hätte ich das ja von oben da grad mal mitnehmen können. Ah. Setz sie ja auch von selber drauf. Wunderbar. Ja, dann geh ich nochmal nach oben und hol das Ding. Äh, hier scheint ja irgendwie nichts los zu sein im Maschinenraum. Da bin ich ja mal positiv über... Ach, hier ist auch noch eins. Nehmen wir das erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele ich da hinbringen muss. Ich wüsste ja, wo noch eins liegt. Es sind drei, wenn ich das richtig sehe. Passt nicht los, Speichel. Passt aber da rein. So. Holen wir das letzte auch noch. Und die Folge ist gleich schon hier vorbei. Na gut, ich geb mal eine Minute drauf. Äh, wegen den drei Sekunden Offscreen-Gelaber. Äh, wollte ich das Teil denn? Hier. Sehr schön. Und irgendwie fliegen hier gerade, fliegen von meiner Fresse rum. Das ist aber nicht im Real Life so. Die sind tatsächlich hier am Monitor zugange. Äh, was das jetzt sein soll, weiß ich auch nicht genau. Aber scary ist es auf jeden Fall nicht. So. Damit hätten wir die schon mal. Was ist das? In den Maschinen muss noch mehr gearbeitet werden. Ja, das hab ich mir auch fast gedacht. Ähm, hier hatten wir ja noch was. Das ist ein Brenner. Ein Brenner. Das ist nicht so ein Brenner, das man anzüllen kann. Oh, einige Tropfenöl. Sehr schön. Ähm, warte mal, warte mal. Ja, hier liegt doch... Das ist doch Kohle oder was, ne? Liegt doch hier massenweise rum. Dann nehmen wir die Dinderbox mit. Und dann... Ja, hier. Wie wär's denn mit Kohle? So. Könnte auch... Ein bisschen mehr geht noch, ne? Liegt doch so viel rum, ne? Dann nehmen wir... So. Ein bisschen mehr noch. Hier, was haben wir denn? Hier noch einen Klumpen. Brenner ist jetzt voll... Oh, schade. Ich wollte... Hab das gar gehört? Egal. So. Brenner an. Brenner kann an, oder? Zack. Jawohl. Weihnachtskohle brennt. Klappe zu. Wie sieht sie jetzt aus? Äh, ja. Dann müssen wir wohl tatsächlich noch die anderen beiden Stäbe finden. Nimm, 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 nimm. Dann sind die wahrscheinlich auch recht nennenswert. Ja, gut. Hier sind sie nett. Oh, hier ist noch was. Ja, nee. Sach bloß. Pflanzenreich. Liegt selbst im Maschinenraum rum. Geil. Aber hier haben wir noch was zu lesen. 14. Juli, 1839. Ich habe alle Buch, die ich auf dem Thema findest. Während rich in legend und herzlichen, meine Wissen ist ein wenig für den Inhalt, den ich gebrauche. Ich habe viele Letze in Herberts-Effekt und habe Antworten von verschiedenen Importen bekommen. Heute habe ich eine, die sehr viel aus den anderen. Von einem baron in Prussia. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. mit Sedativen, um mir zu schlafen zu helfen.